ich könnte es wohl bei hinzusetzen wenn ich den ersten Schlag gelandet habe eventuell vielleicht nicht mit einer großen Wahrscheinlichkeit und Erfolgschancen rechts zum Tor von Flammen hochzuschmeldet Vorsicht glatter ist dann gesehen Why ich will da ich will da ich will da Kiste und schweren Streifen das klingt nach 2 morgen macht ihn die GmbH die GmbH jetzt kommt bei mir kommen zwei schlägt 2 zwei Schläge für nöwen OMG du da ist was hieß rechts zum Flammelturm hoch zum Schneefeld also Linie zum Flammelturm groß ist Glatteis ich will an ich will an die Tröder Bruder Sekundow da kommt wie du das Parallel gesehen naja Kunden das sind wirklich Kunden hier ich kann es nicht fassen Bruder Sekundow Ups, Entschuldigung, ich hab euch einen Moment lang vergessen ich verkaufe Waffen und ich verkaufe Gegenstände und wir sind Tröder das muss Schicksal sein, dass wir uns hier treffen warum nehmt ihr diese Chance nicht wahr und kauft etwas kommt schon, betrachtet es als gutes Werk ja komm, die Pera Waffen los Gegenstände ne Waffen Waffen Schöne Grüße an meine Brüder in anderen Landen hier du ja etwas kaufen waffen ja waffen Schellweckern ein Streitag ja Flamberger ja tödiger Fall ja heiliger Rüstung heiliger Scheid r inclusive ich hab's nicht das sag's jetzt nicht Probe da da ist schon schlecht da ist schon schlecht aber ne ne ja um sonst ich hab gut war auf jeden Fall bei ihm zu die um um es ist k k klinik und herzlichen wir werden können das sie ist die Sekunde jetzt wissen wir woher sie ist ich bin ich am Verkauf Schwerkraftkugel ich glaube das ist irgendwie anders und nicht mehr sie sind die Schließungsbewerke Magdorstuhl 7 also Kuhn macht die Zerlachs noch mehr jetzt ist ich bin zufrieden und wir sind wir sind vorbeischliegt auch ja ich bin ganz ruhig nicht gutfeuern denn die sind und es wird uns sollte eventuell natürlich weiß ich nicht ja und und okay ausgestattet das ich will nicht benutzen. Sie werden eventuell benutzen. Mehr magisch anderes kauft. Ich glaub mehr Ruhe ist zu stark in der Nacht. Mehr mäßig schwächer. Na gut, es geht nur um 5 runter. Das andere steigt um 1 und 1, 2 und 10. Ja, aber wir gegen Verhexung, Verwirrung, Angst und Entmutigung. Und was ist das rechte? Orange! Ja, das ist ein Zeichen für mich mal ein Poison zu machen, ich meine und sei ich noch dass da die kommen und blaue Haut Lübele gut gut also das wusste müssen es sein zumal wenn wir uns hier den Arsch abfrieren äh wenn wir weiter also bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Dragoo